Herzlich willkommen. Auf das heutige Gespräch freue ich mich ganz besonders. Zu Gast ist ein wahrer Superstar der Literatur, die französisch-marokkanische Schriftstellerin und Essayistin Leila Slimani. Eine Frau, die gerne Tabus bricht, etwa wenn sie über weibliche Sexsucht schreibt oder über einen Nanny, die ihre Pflegekinder tötet. Sie gilt als eine der wichtigsten Stimmen Frankreichs. So wichtig, dass der französische Präsident Emmanuel Macron sie 2017 zur Kulturministerin ernennen wollte. Herzlich willkommen, Leila Slimani. Merci beaucoup. Ja, Sie haben das Angebot, Kulturministerin zu werden, dann abgelehnt. Warum eigentlich? Ich hatte weder Lust, noch fühlte ich mich kompetent. Wenn man etwas nicht kann, sollte man es lassen, selbst wenn es sehr aufregend und attraktiv klingt, und sich auf das konzentrieren, worin man wirklich gut ist. Okay. Aber Sie haben zugesagt für etwas anderes. Er hat Sie dann nämlich später angefragt, in die internationale Organisation der Frankophonie beizutreten. Da sind über 80 französischsprachige Länder vertreten, weltweit. Und da wird der Austausch gefördert und auch Werte wie Demokratie und Gleichstellung zwischen Mann und Frau, zum Beispiel in Ländern wie Marokko, wo Sie ja geboren und aufgewachsen sind. Diese Aufgabe war Ihnen dann wichtig. Und da haben Sie gefunden, das kann ich auch. Ja, für diese Aufgabe fühlte ich mich legitimiert. Ich hatte lange als Journalistin für eine französischsprachige Zeitung namens Jeune Afrique gearbeitet und bin als Marokkanerin mit diesem afrikanischen Land vertraut und weiss um die Bedeutung der Frankophonie. Ich bin ja mit der französischen Sprache aufgewachsen. Dann arbeite ich als Schriftstellerin mit der Sprache. Ich weiss, wie wichtig sie für die Gesellschaft, aber auch für die einzelne Person sein kann. Mir schien es wichtig, für die französische Sprache einzutreten. Sie sind in Marokko geboren und aufgewachsen mit zwei Schwestern zusammen, haben da bis 17 gelebt. Ihre Mutter war Ärztin und ihr Vater Ökonom, danach Wirtschaftsminister von Marokko, eine Zeit lang später, Benke. Das klingt nach einer privilegierten Situation. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit? Natürlich war es eine privilegierte Situation, die sich meine Eltern aber hart erarbeitet hatten. Beide stammten aus einfachen Verhältnissen. Sie sind wegen ihrer guten Studienabschlüsse sozial aufgestiegen. Aber sie waren sich bewusst, woher sie kamen. Und, dass sie als Privilegierte in einem armen Land mit grossen Ungleichheiten lebten. Ich erinnere mich an das Gefühl, gewissermaßen in einer Blase zu leben. Mit Eltern, die sehr offen und frei, aber gleichzeitig auch etwas einsam waren. Sie trafen sich nicht oft mit anderen Menschen, sondern lebten zurückgezogen in ihren Büchern und Filmen. Sie haben auch mal gesagt, Ihre Kindheit war auch so etwas wie ein Doppelleben. Also es war eine sehr repressive Zeit, sehr konservative Werte. Also man durfte weder Alkohol trinken noch Homosexualität ausleben. Also man lernt da auch mit einer Lüge zu leben, weil einem leider schon in jungen Jahren beigebracht wird, dass man lügen muss, um zu überleben. Man darf nicht sagen, wer man ist oder mit wem man was macht. Schon gar nicht, wenn man, wie sie sagten, homosexuell oder sonst wie ausgegrenzt ist. Man hat der sozialen Norm zu entsprechen. Etwa so wie Molières Tartuffe, der ständig vorgibt, tugendhaft und fromm zu sein und die Regeln einzuhalten. Hinter den Türen aber geschieht höchst Verwerfliches. Aber mit Geld kommt auch Macht und damit die Möglichkeit, sich dem Gesetz zu entziehen. Was hat das mit Ihnen gemacht als Mensch? Immer diese Schauspielerei? Vielleicht habe ich dadurch gelernt, mich je nach Situation zu verhalten. Auf jeden Fall habe ich mir so Gedanken zu dieser Frage der Lüge gemacht. Meine Welt ist nicht die der Lüge, sondern die der Fiktion, in der ich mir eine andere Realität ausdenken kann. Dies hat vielleicht meine Vorstellungskraft angeregt. Vor allem aber hat es in mir eine große Wut, eine sehr starke Abscheu vor der Heuchelei, dem angepassten Spießbürgertum ausgelöst. Das vorgibt, an bestimmte Dinge zu glauben, aber den Werten, zu denen es sich bekennt, in keiner Weise nachlebt. Dies hat in mir die Lust geweckt, in meinen Romanen gegen die Lüge anzuschreiben und auch unangenehme und verletzende Wahrheiten zu sagen. Ja, ich glaube, dass meine Liebe zur Literatur daher rührt, dass die Literatur die Lüge nicht erträgt. Interessant. Vielleicht war das schon der Anfang, die Wurzel sozusagen in die Flucht, in die Imagination einerseits, aber auch das politische Engagement, das Sie natürlich auch zeigen. Sie sind dann mit 17 Jahren nach Paris gegangen, von Rabat aus Marokko hin nach Paris, um da zu studieren. Sie sind aber am ersten Tag, als Sie nach Paris gekommen sind, habe ich gelesen, nicht zur Uni gegangen oder so, sondern in ein Café, nämlich ins Café de Flore, in das berühmte Café der Existenzialisten rund um Jean-Paul Sartre und Simon de Beauvoir. Waren Sie damals schon Fan von Simon de Beauvoir? War das schon eine Figur, zu der Sie aufgeschaltet haben? Oh ja, ich war aus vielen Gründen ein Fan von Simon de Beauvoir. Ihr Buch, Das andere Geschlecht, hat mein Leben verändert. Plötzlich hatte ich die Mittel, all jenen zu antworten, die mir sagten, dass ich als Frau bestimmte Dinge nicht tun oder haben könne. Dieses Buch lieferte mir echte philosophische, historische und wissenschaftliche Argumente gegen Leute, die einem solche Wahrheiten um die Ohren hauen und einem sagen, so ist es halt, weil es so ist und die Natur es so vorsieht. Ich habe ihr also schon rein intellektuell viel zu verdanken. Und dann habe ich auch die existenzialistische Bewegung geliebt, mit dieser Idee, dass man isst, was man tut, dass man nicht durch seine Haut, Farbe, Religion oder sein Geschlecht, sondern durch seine Handlungen definiert wird. Ich war immer schon der Meinung, dass das Sein durch das Tun bestimmt ist. Die eigene Identität basiert nicht auf deinem Pass oder deinem Personalausweis. Ausserdem verkörperte sie für mich das Bild der freien, intellektuellen Frau. Sie liebte das Leben, sie liebte es auszugehen, zu trinken, zu rauchen, sie liebte die Liebe, sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Eine solche Vorstellung von einem Leben als freie Intellektuelle, die ihre Zeit in Cafés verbringt, fand ich unwiderstehlich. Als ich dort ankam, wollte ich sehen, ob es noch Menschen gibt, die so leben. Man spürt die Faszination immer noch, wenn Sie das heute beschreiben. Es ist wirklich eine eindrucksvolle Figur gewesen, Simone de Beauvoir, und dieses Buch, das Sie erwähnt haben, «Das andere Geschlecht» auf Deutsch. Darin kommt ja dieser berühmte Satz vor, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zu einer gemacht oder im Laufe des Lebens. Und was Sie damit genau meint, mit diesem Satz, das lassen wir Sie gleich selbst erklären. Wir hören ihr mal kurz zu. Diese Formel fasst im Grunde alle meine Thesen zusammen. Sie bedeutet schlicht und einfach, dass das Frausein keine natürliche Gegebenheit, sondern das Resultat einer Geschichte ist. Die Frau wird von keinem biologischen oder psychologischen Schicksal definiert. Ihr Status wird vielmehr festgelegt durch die Kulturgeschichte und die Lebensgeschichte jeder einzelnen Frau. Die Geschichte ihrer Kindheit, wo etwas in ihr angelegt wird, was nicht faktisch ist und gemeinhin Weiblichkeit genannt wird. Vertiefte psychologische Studien über Kinder zeigen immer klarer, dass das weibliche Baby zur Frau gemacht wird. Das ausgezeichnete Buch der Italienerin Elena Giannini Bellotti, Was geschieht mit kleinen Mädchen, zeigt, wie, lange bevor die Mädchen es wahrnehmen, in der Art, wie sie gestillt und getragen werden, das Frausein in ihre Körper eingeprägt wird, das sie später als ihr Schicksal betrachten. Ja, Frausein, das heisst auch eine Rolle zu lernen, diese Rolle zu verinnerlichen. Welche Rolle war das bei Ihnen in Ihrer Jugend und Kindheit? Ich hatte Glück. Meine Eltern zwangen mich nicht, einer Rolle zu entsprechen. Mein Vater war kein Vorreiter in Sachen Feminismus und hatte auch mal macho-hafte Züge, etwa wenn er meine Art, mich zu kleiden, kritisierte. Er kümmerte sich um nichts, was mit Haushalt zu tun hatte. Er ging nicht einkaufen, kochte nie und wechselte keine Windeln. Aber er betrachtete uns als Individuen und als Wesen mit einem Intellekt. Er sagte uns die ganze Zeit, das Wichtigste sei, zu studieren und finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, nie von einem Mann abhängig zu sein, sondern das Leben in die eigene Hand zu nehmen und das zu werden, was wir werden wollten und uns selbst zu verwirklichen. Meine Eltern wollten aus uns keine braven, folgsamen, netten Mädchen machen. Und um auf Simone de Beauvoir zurückzukommen, ich glaube, nicht nur die Frau wird in eine Rolle gezwungen, sondern auch kleine Jungen. Als Mutter eines Jungen sehe ich, wie sehr Männern auferlegt wird, einem bestimmten Bild zu entsprechen, das auch von Brutalität und Männlichkeit geprägt ist. Man muss stark sein, darf nicht weinen und nicht seine Gefühle zeigen. Diese Rolle muss genauso dekonstruiert werden. Auch das ist die Aufgabe des Feminismus. Ertappen Sie sich als Mutter dabei auch manchmal selbst, dass Sie sich nicht lösen können von diesen Stereotypen und dass Sie den Sohn anders behandeln als die Tochter? Natürlich. Aber ich achte darauf und versuche es zu korrigieren, wenn es passiert. Meinem Sohn und meiner Tochter zu erklären, dass ich falsch lag und dass ich ihnen das nicht hätte sagen sollen. Aber wenn sich mein Sohn in der Schule mit jemandem prügelt, höre ich oft von der Lehrerin, das ist doch normal, er ist ein Junge. Als ob Gewalt zum Jungsein gehörte. Auch kleine Jungen sind sehr konditioniert. Ich sehe einen grossen Nutzen des Feminismus darin, auch die Männer von all diesen Festlegungen zu befreien. Ja, diese Befreiung der Frau fängt an, sagen Sie, sehr grob, mit einem Mord, mit einer Tötung, nämlich des Engels in uns drin, an dieses Rollenbild, dass die Frau der Engel des Hauses ist und sich aufopfert und sich kümmert und immer nett ist und allen gefällt und so. Und Sie sagen, die Frauen müssen lernen, egoistisch zu sein und unhöflich, schreiben Sie sogar, also diesen Engel zu töten. Unbedingt. Ich habe dieses Bild des Engels im Haus von Virginia Woolf entlehnt, die sagt, dass man keine Schriftstellerin sein kann, ohne diesen Engel zu töten. Dieses liebenswerte Wesen, das allen gefallen will und deshalb nie aneckt oder aufbegehrt. Wer schreibt, muss frech sein und die Wahrheit sagen wollen, auch wenn dies anderen nicht gefällt. Ganz allgemein werden Frauen von sich entfremdet, weil sie ständig hören, dass nichts wichtiger ist, als von anderen geliebt zu werden, nett und hübsch zu sein. Es ist nicht schlimm, nicht von allen gemocht zu werden. Möglicherweise magst du die Leute, die dich nicht mögen, ja auch nicht, also was soll's. Frauen sollten sich mit dem Gedanken an Freunden nicht immer liebenswert zu sein und die Erwartungen anderer auch mal zu enttäuschen. Eine freie Frau muss damit leben können, keine perfekte Mutter oder Tochter zu sein und ihre Kinder oder ihre Eltern manchmal zu enttäuschen. Wenn wir uns aber gut fühlen und das tun, wozu wir Lust haben, dann gestalten wir unser Leben als freie Person. Ja, und diese Gefallsucht kann zu Selbstentfremdung führen, kann ein Gefängnis werden. Also bei Jean-Paul Sartre heisst das die Hölle, das sind die anderen. Also diese Idee, dass die Erwartungen der anderen uns daran hindern, dass wir frei sind und uns selbst sein können. Sie sagen sogar, man kann nicht frei sein, ohne alleine zu sein. Wie meinen Sie das? Ja, ich denke, man muss sich in gewisser Weise mit der Einsamkeit arrangieren. Sie gehört zum Menschsein. Wir sind und sterben allein und es gibt einen Teil von uns, den andere nie erreichen können. Malarmé sprach vom Geheimnis in uns, das niemand je berühren kann. Das ist es auch, was ich an der Literatur liebe. Man kann einen Menschen nie vollständig verstehen. Egal wie sehr man versucht, ihn aus der Tiefe seines Herzens zu erfassen, Mitgefühl und Empathie für ihn zu empfinden, wird es immer etwas geben, was man nicht versteht. Das ist das Schöne an anderen Menschen, sie sind anders als wir. Es bleibt trotz allem etwas Magisches, weil man nie bis ans letzte Ende und in die tiefste Tiefe des anderen vordringen kann. Das ist es, was mir am Beruf der Schriftstellerin gefällt. Ich beschäftige mich damit, andere zu beobachten, zu lieben, zu bewundern, von ihnen fasziniert zu sein und weiss gleichzeitig, dass es immer eine gewisse Distanz zwischen ihnen und mir geben wird. Wann und wo fühlen Sie sich komplett frei? Was ist das bei Ihnen? Beim Schreiben. Wenn ich schreibe, bin ich völlig frei. Es gibt absolut nichts, was mich einschränkt. Ich kann durch Zeit und Raum reisen und Dinge sagen, die sich im wirklichen Leben nie sagen ließen. Ich kann Menschen, die ich geliebt habe und die verschwunden sind, wieder zum Leben erwecken. Das ist die grösste Form der Freiheit für mich. Und wo fühlen Sie sich zu Hause? Mit meinen Kindern, meinem Mann, meiner Mutter, den Menschen, die ich liebe und von denen ich weiss, dass sie mich wirklich lieben. Also dieses Heimatgefühl ist im Sozialen, aber da fühlen Sie sich nicht wirklich frei, sondern frei, sagen Sie, sind Sie dann, wenn Sie alleine schreiben. Interessant. Naja, ich bezweifle, dass ich wirklich völlig frei bin. Völlig frei ist man nur, wenn man nichts zu verlieren hat. Und ich habe etwas zu verlieren. Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Aleksejevic hat recht, wenn sie sagt, dass die viel gepriesene Freiheit sehr schmerzhaft und äußerst hart ist. Nur wenige Menschen ziehen die Freiheit dem Komfort, dem Geld oder der Sicherheit vor. Die meisten wollen einfach nur ihre Ruhe haben. Ihre Freiheit bleibt dabei schnell auf der Strecke. Auch ich bin bereit, meine Freiheit preiszugeben, damit es mir gut geht und weil ich etwas zu verlieren habe. In gewisser Weise bin ich sehr bürgerlich. Bei den französischen Existenzialisten gab es ja die Idee, die Sie schon geschildert haben, dass wir radikalfrei sind. Also dass wir das sind, wozu wir uns gestalten. Und es gibt nichts, kein Wesen, keine Natur, die uns determiniert, die uns festlegt. Glauben Sie das auch, dass wir so frei sind, dass wir uns selbst zu irgendwas gestalten können? Oder gibt es da etwas in uns drin, Persönlichkeit, Charakter, dass alles auch ein Stück Schicksal ist? Ja, ich glaube nicht, dass man auf diese radikale Art frei sein kann. Darin steckt eine vielleicht notwendige Utopie. Der Glaube daran ist wichtig, um sich selbst und die Reinheit seiner Seele, seines Herzens zu bewahren und sich nicht durch den Blick, den andere auf uns haben, korrumpieren zu lassen. Es ist wohl eine unmögliche Illusion. Diese radikale Freiheit setzte voraus, sich von allem zu entledigen und besitzlos und allein zu leben, ohne jede Verbindung. Man müsste, wie Albert Kossry schreibt, eine Art stolzer Bettler sein, der von nichts lebt. In gewisser Weise ist das ein wunderbarer, aber sehr, sehr schwieriger Traum. Nur wenige Menschen haben die moralische Kraft, ihn zu verwirklichen. Die Freiheit interessiert sie in vielen Büchern, auch das Thema Gewalt, das damit verbunden ist. Und im neuen Buch «Das Land der Anderen» sind zwei Arten von Freiheit verbunden, nämlich die individuelle, persönliche, aber auch die politische Freiheit. Das Buch spielt in Marokko in den 50er Jahren. Die Hauptfigur heisst Mathilde. Das Vorbild für diese Figur war ihre Grossmutter. Und die zog aus dem Elsass nach Marokko. Sie lernte nämlich am Ende des Zweiten Weltkriegs einen marokkanischen Soldaten da kennen, der für Frankreich kämmte und geht dann mit ihm nach Marokko. Die haben zusammen eine Familie und Kinder. Und sie wird glücklich, weil diese Gesellschaft sehr patriarchal organisiert ist. Und im Hintergrund läuft dieser politische Befreiungskampf, Unabhängigkeit von Frankreich als Kolonie. Und das ist das erste Buch von drei Büchern, haben Sie angekündigt. Es soll eine Trilogie werden. Im zweiten Buch soll sozusagen ihre Mutter im Zentrum stehen. Und im dritten dann sie selbst. Was war das primäre Motiv, das Interesse, so eine Riesen-Trilogie, eine Familiensaga zu schreiben? Albert Camus sagte über sein Buch »Der erste Mensch«, eigentlich der erste Band einer vor seinem Tod geplanten, aber unvollendeten Trilogie, Ich wollte von den Menschen erzählen, die ich geliebt habe. Auch ich wollte über die Menschen sprechen, die ich geliebt habe und sehr vermisse. Meinen Großvater und meine Großmutter und die Menschen um sie herum. Ich wollte aus sehr persönlichen Gründen eine untergegangene Welt wieder aufleben lassen. Es gab aber auch ein politisches Ziel. Fragen zu meiner Identität, ob ich nun Französin oder Marokkanerin oder eine Bourgeoisie sei, konnte ich nie wirklich beantworten. Das war frustrierend. Auf solche Fragen kann man nicht einfach lapidar eingehen. Die einzige Möglichkeit, zu verstehen und zu erklären, wer ich bin und was meine Wurzeln sind, besteht darin, meine Geschichte in einem Buch wieder aufleben zu lassen. Sie beginnt mit meinen Großeltern, die diese diverse Familie, in der ich aufgewachsen bin, begründet haben. Darauf folgt die Geschichte meiner Eltern, die, wie gesagt, bürgerlich geworden sind. Und schließlich erzähle ich meine Geschichte als maghribinische Immigrantin in Europa. Mit dem Blick auf die Geschichte dieses halben Jahrhunderts versuche ich, den Menschen in Europa unseren Hintergrund nahezubringen. Ihnen zu erklären, woher wir kommen und woraus wir Menschen aus diesen muslimischen Ländern gemacht sind. Gerade in der heutigen Zeit, in der die Länder vermehrt sich selbst zuwenden, ist es sehr wichtig, unsere Geschichte zu vermitteln. Also ein Prozess auch der Selbsterkenntnis wahrscheinlich, indem man die eigene Vergangenheit noch mal klarer vor sich sieht. Andererseits, als Schriftstellerin, sind Sie auch jemand, der anderen Personen eine Stimme verleiht, die keine haben. Also Sie sind wie eine Schauspielerin auch, die in andere Rollen schlüpft und eigentlich ein Niemand, der wie ein Chamäleon, der alle Formen annehmen kann. Vielleicht ist es gar kein Vorteil, nicht zu wissen, wer man ist als Schriftstellerin. Natürlich ist es gut, nicht zu wissen, wer man ist. Vielleicht ist es auch genau das, was ich in dieser Trilogie vertrete. Je weiter ich komme, den zweiten Band habe ich gerade beendet, desto klarer wird mir, dass keine meiner Figuren wirklich weiss, wer sie ist. Zumindest ändert sich das ständig. Diese Frage begleitet sie Zeitlebens, wahrscheinlich bis zu ihrem Tod. Das bringt mich zurück zu den Existenzialisten, die im Grunde genommen festgestellt haben, dass das, was den Menschen definiert, durch seine Handlungen und Entscheidungen bestimmt wird. Man wird insbesondere durch die moralischen Entscheidungen definiert, die man getroffen hat. Es geht mir weniger um die Frage der Identität oder der Religion, oft eine Art, die Wahrheit dessen, was man ist, nicht zu betrachten. Wichtig sind vielmehr die moralischen Fragen. Man wird sich dessen gewahr, wenn man solche Figuren über einen längeren Zeitraum verfolgt. Sie haben mal gesagt, alle Ihre Bücher sind so etwas wie eine Genealogie der Gewalt. Und es gibt oft diese Gewaltmomente in Büchern und auch in dem Buch gibt es eine Schlüsselszene aus meiner Sicht, nämlich wo der Ehemann von Mathilde, Marokkaner, Armin heisst er, seine Schwester verprügelt und auch seine Frau, weil die Schwester, er sieht, dass die verliebt ist in einen Franzosen. Er selbst ist ja auch mit einer Französin zusammen, aber er dreht komplett durch an dieser Stelle und bricht der eigenen Ehefrau die Nase, spricht nicht mehr, die Erträge komplett durch. Ich habe sogar noch eine Waffe in der Hand und so. Woher kommt diese Energie und warum kann er das nicht ertragen, dass seine Schwester sich in einen Franzosen verliebt hat? Das hat verschiedene Gründe. Erstens wurde er gedemütigt. Er ist ein Mann, der durch den Krieg und seine Kriegsgefangenschaft gebrochen wurde. Er hat zweifellos schreckliche Dinge gesehen und miterlebt. Zweitens wird er durch die Kolonialisierung gedemütigt. Er mag ein ehemaliger Offizier und mit einer Französin verheiratet sein, aber wenn er in McNeess durch die Strassen geht, spürt er die Verachtung der Leute. Wenn er nach Hause kommt, rächt er sich für diese Demütigung an den Personen, über die er herrscht, den Frauen. Tatsächlich ist er mit einer Französin verheiratet. Die Vorstellung, dass seine Schwester einen Franzosen heiraten könnte, erträgt er aber nicht. Ich wollte damit die Heuchelei in diesen äusserst patriarchalischen Ländern zeigen, wo die Männer sich Dinge erlauben, die sie bei ihrer Schwester, Tochter oder sogar Frau nie akzeptieren würden. Im Buch kämpfen die nationalistischen Männer für die Unabhängigkeit Marokkos. Sie fordern auf der Strasse Gleichheit und Freiheit. Aber sie sind nicht in der Lage, auch den Frauen diese Unabhängigkeit, Freiheit und Gleichheit zuzugestehen. Sie wollen sie im Grunde nur für sich selbst. Daher rührt die Gewalt. Ihm fehlen die Worte. Er weiss nicht, dass man auch mit einer Frau auf Augenhöhe sprechen und streiten kann. In dem Moment sieht er sie nur als ein Objekt, das zerstört werden muss. Diese Motive, Befreiung, auch Gewalt, die stecken in all ihren Büchern, ich habe es gesagt. Und auch im ersten Buch, auf Deutsch heisst das, all das zu verlieren. Auf Französisch, «Dolle Chardin de Logre», «Im Garten des Ungeheuers», wurde ein weltweiter Erfolg. Das Buch dreht sich um eine verheiratete Pariser Journalistin namens Adele, die unter Sexsucht leidet und die ein Doppelleben führt. Heimlich als Nymphomanin lebt und sich die Männer krallt und da auch Gewalttätigen Sex sucht und Tabus brechen will, auch gedemütigt werden will, geschlagen werden will. «Umschlungen von einem Monster», schreit sie an einer Stelle. Jetzt mal ehrlich, was ist die feministische Botschaft in diesem Buch? Ich weiss nicht, ob darin eine feministische Botschaft steckt. Vielleicht in dem Sinn, eine Frau sichtbar zu machen, die unserem Blick normalerweise verborgen bleibt, die tendenziell verurteilt und in Schublern gesteckt würde. Ich habe Frauen wie Adele gekannt. Man urteilt sehr hart über sie. Sie sind dann entweder Schlampen, pflegen einen schlechten Lebenswandel, sind verrückt oder Nymphomaninnen. Niemand bemüht sich, eine solche Frau zu verstehen. Über einen Mann mit einem heftigen Sexualtrieb sagt man, er sei sehr männlich und hätte großen Erfolg bei den Frauen. Sie dagegen ist eine verlorene Frau. Ich wollte ihr mit diesem Buch ihre Würde, eine Stimme geben. Ich wollte versuchen, die sich verlierende Frau zu retten. Und ich wollte zum Ausdruck bringen, dass nicht alle Frauen gleich sind. Nicht alle wollen stark und handelnd sein. Manche Frauen, wie Adele, wollen ein Objekt sein. Das kann fürchterliche Folgen haben und auch sehr gefährlich sein. Es ist interessant, Sie beschreiben das auch. Das Ziel, beim Schreiben, konzentrieren Sie sich nicht auf die Leserschaft, sondern auf die Figur selbst. Und fragen Sie sich, wie Sie ihr eine Würde verleihen können, wie Sie sie retten können. Glauben Sie, jeder Mensch hat das verdient? Ist das ein primäres Motiv Ihres Schreibens? Jeder verdient es, gerettet zu werden. Wenn nicht im Leben, dann zumindest in der Literatur. Selbst Monster haben eine Geschichte. Auch sie waren einmal Kinder. Sie haben gelacht und gespielt und oft menschlich gehandelt. Es hat mich schon immer fasziniert, dass bei Gerichtsverhandlungen, in denen Menschen eines furchtbaren Verbrechens beschuldigt werden, nicht selten ein Bruder, eine Schwester oder ein Freund als Zeuge auftritt und sagt, er war der beste Bruder oder der beste Freund, den man sich hätte wünschen können. Selbst Monster tragen einen freundlichen Teil in sich. Und die Literatur muss uns daran erinnern. Wir neigen heute dazu, die Menschen zu verurteilen und sie in Schubladen zu stecken. Wir sollten nicht vergessen, dass jeder Mensch das Recht darauf hat, dass seine Geschichte erzählt wird. In der Literatur gilt die Unschuldsvermutung. Schriftsteller sind nicht da, um zu urteilen. Von der ersten bis zur letzten Seite gilt es, sein Urteil auszusetzen. Unsere Aufgabe ist es, zu versuchen, zu verstehen. Fast phänomenologisch, könnte man sagen, in der Philosophie. Dieses Zurücktreten, diese Epoche und reines Beschreiben, ohne zu werten, ist interessant. Das Buch hat viel ausgelöst, viele Debatten. Und sie haben dann im Nachgang zum Buch Gespräche mit Frauen geführt, ganz unterschiedliche in Marokko. Und die sind hier versammelt, Sex und Lügen heisst der Band. Und da sieht man schon, dass sie glauben, dass Sexualität nicht einfach nur Sexualität ist, sondern dass es immer mit Politik zusammenhängt. Und dass das Sexleben auch ein Spiegel der politischen Verhältnisse ist. Ja, ich habe sehr früh in meinem Leben gemerkt, dass man mich über meine Sexualität daran hindern kann, bestimmte Dinge zu tun, bis hin zu einer Verhaftung oder Strafen. In Marokko sind sexuelle Beziehungen ausserhalb der Ehe verboten. Eine unverheiratete Frau hat, Jungfrau zu sein. Eine Frau ist also entweder Jungfrau oder Ehefrau. Homosexualität ist ebenfalls verboten. Abtreibungen sind verboten. Sexualität ist ein eminent politisches Thema, weil dein Körper nicht dir gehört. Du bist bestimmt durch dein Geschlecht. Dein Hümen ist Eigentum des Staates, deines Vaters, deines Ehemannes und deines Bruders. Jeder hat gewissermassen das Recht, sich über dich zu äussern und dich zu einem bestimmten Verhalten zu zwingen. Ich habe begriffen, dass wir uns nur über unseren Körper und unsere Sexualität befreien und zu vollwertigen Bürgerinnen werden können. Ja, politische Freiheit fängt im Schlafzimmer an, könnte man sagen. Das ist auch eine These, die die britische Journalistin Shereen El-Fiki vertritt. Sie hat auch Gespräche geführt mit Frauen aus arabischen Ländern. Und sie war schon bei uns hier in der Sendung. Und wir hören Ihnen mal kurz zu. Wenn Sie in die Schlafzimmer hineinschauen, finden Sie all die Probleme und noch mehr, die ich in meinem Buch beschreibe. Deshalb frage ich, was bedeuten diese grossen politischen Strukturen, wenn Demokratie, Freiheit und Menschenrechte nicht im Schlafzimmer beginnen? Wir sind aktuell in einer spannenden Situation. In Ägypten zum Beispiel haben wir im öffentlichen Bereich nicht viel Handlungsspielraum. Deshalb ist nun der private Raum der einzige Ort, wo wir den Aufstand vielleicht fortsetzen können. Das finde ich spannend, denn wenn dort der Wandel einmal beginnt, geht er weiter. Irgendwann wird er das öffentliche Leben beeinflussen. Hat Sie recht oder ist das zu stark gewichtet? Also der Aufstand politisch beginnt im Schlafzimmer. Was sie sagt, ist sehr interessant. Der Aufstand beginnt im Haus, im Schlafzimmer. Er beginnt mit dem kleinen Mädchen, das aufbegehrt. Ich erinnere mich, dass ich als Fünf- oder Sechsjährige zu meiner Grossmutter, wenn sie auf Besuch kam, immer auf Arabisch sagte, raus, ich will rausgehen. Meine erste Rebellion bestand darin, keine Hausfrau sein zu wollen. Ich wollte nicht eingesperrt sein, sondern rausgehen. Dafür muss man kämpfen. Meine Bücher sind auch Bücher über das Haus. All das zu verlieren und mehr noch, dann schlaf auch du. Ein Buch über eine Nanny, ein Dienstmädchen, also eine Hausangestellte. Das Buch thematisiert das Verhältnis der Frauen zur Hausarbeit. Wie schafft man es, Mutter zu sein und gleichzeitig zu arbeiten? Sich um die Hausarbeit zu kümmern, einzukaufen, zu kochen? Die Fragen mögen banal erscheinen, aber es sind grundlegende politische oder sogar philosophische Fragen, die für eine Gleichstellung von Mann und Frau unbedingt gelöst werden müssen. Ja, und wenn man das selbst mal eine Zeit lang gemacht hat, Hausmann oder Hausfrau gespielt, dann sieht man, wie wenig Anerkennung auch damit verbunden ist. Und diese Arbeit, die man schuftet den ganzen Tag, und am Abend sieht die Wohnung genauso aus, aber es verschwindet alles, man sieht es nicht und so. Und man bekommt wenig Wertschätzung, überhaupt keinen Lohn dafür, schon gar nicht und so. Genau, und dieses Thema greifen Sie auf in dem Buch, das Sie schon erwähnt haben, auf Deutsch, dann schlaf auch du. Chanson Durst, die Geschichte einer Nanny, die am Anfang alles perfekt macht und irgendwann verzweifelt und die beiden Kinder ermordet, tötet. Das erfährt man schon im ersten Satz des Buches. Das ist kein Rätsel, aber wie es dazu kommt, ist vielleicht ein Rätsel. Und warum tut sie das? Ich habe wirklich keine Antwort auf diese Frage. Niemand wird darauf eine Antwort haben. Es ist unmöglich zu sagen, warum genau jemand sich dazu entschließt, Kinder zu töten. Vielleicht lassen sich Erklärungsansätze finden, dass es aus Wahnsinn, aus Verzweiflung oder aus Rache geschah. Eine solch vollkommen verrückte und unvorstellbar grausame Tat kann dadurch nur im Ansatz erklärt werden. Sicher ist jedenfalls, dass diese Frau den verzweifelten Wunsch nach Liebe und Zugehörigkeit hat. Sie hat panische Angst davor, dass man sie für einen bestimmten Moment benutzt und dann fallen lässt. Lieber stellt sie und tötet diese Kinder als noch einmal ausgestossen zu werden. Ich meine, es ist eine seltsame Rolle auch, die so eine Nanny hat. Es ist ja eine professionelle Rolle, aber zugleich als Mutter übergibt man die eigenen Kinder, was einem am wichtigsten ist. Und das ist auch Intimität. Also die spielt mit denen, die schläft mit denen zusammen, hält sie und gibt ihnen Nähe. Und das ist auch was Interessantes. Sie selbst haben, glaube ich, auch eine Nanny gehabt, zumindest eine Zeit lang. Ich bin von einer Nanny aufgezogen worden, wie viele Kinder in einem ähnlichen Umfeld in Marokko. Ich kenne diese Beziehung sehr gut aus der Perspektive des Kindes, aber auch als Mutter. Wie viele Frauen, die arbeiten, habe ich eine Nanny angestellt, die sich um meine Kinder kümmern soll, wenn ich schreibe. Es ist tatsächlich eine äusserst zwiespältige Beziehung. Du möchtest, dass die eigenen Kinder die Nanny sehr lieben. Gleichzeitig aber nicht zu sehr, weil du ja die Mutter bist. Du möchtest ihr sagen, dass sie zur Familie gehört und weißt gleichzeitig genau, dass sie eine Fremde ist. Sie lebt in deinem Haus und weiß alles über dich. Sie kennt jedes Detail deines Lebens und gehört doch nicht zum Kreis der Familie. Es handelt sich um eine äusserst seltsame Beziehung, bei der du nie so recht weisst, wie du dich verhalten sollst. Das kann manchmal sehr beklemmend sein. Ja, und diese Figur verkörpert auch eine Grundeinsicht von ihnen, nämlich, dass wir alle Fremde sind füreinander, dass es immer diesen Abgrund gibt zwischen uns und dass wir uns letztlich nicht verstehen. Sie sagen, das Motiv, wir wissen es nicht. Und es gibt eine Stelle in dem Buch, wo das die Nanny selbst sagt, dass wir wie Kinder sind. Man kann nicht alles verstehen. Und das Buch wurde auch verfilmt. Wir schauen uns mal diese Stelle an. Und die Mutter stellt da die Nanny zur Rede, weil der kleine Junge Bissspuren am Oberarm hat. Luis? Ja? Können Sie mal kurz in die Küche kommen? Selbstverständlich, ja? Luis, haben Sie das gesehen? Das ist doch eine Bisswunde, oder? Ja, ich weiß. Ich habe schon Creme draufgetan, damit es schnell abheilt. Das war Mila, die ihn gebissen hat. Und waren Sie da? Haben Sie das gesehen? Selbstverständlich war ich da. Ich war in der Küche, während die beiden miteinander gespielt haben. Und irgendwann hörte ich dann, dass Adam laut schreit. Und ich habe erst gar nicht verstanden, warum. Ich bin zu ihm gegangen und habe nichts gesehen. Ich konnte auch nichts entdecken, denn es ist offenbar so gewesen, dass Mila ihn direkt durch die Kleidung gebissen hat. Sind Sie sicher, Luis? Ich habe Mila mehrmals gefragt, ob sie es gewesen ist. Ich habe ihr sogar gesagt, dass ich sie nicht bestrafen werde. Aber sie hat geschworen, dass sie nicht weiß, woher der Biss kommt. Verstehe. Ich hatte versprochen, nichts zu sagen und die Vorstellung, ein Versprechen zu brechen, das ich einem Kind gegeben habe, finde ich nicht gut. Aber na ja. Hat das Mila etwa getan? Ja. Also bitte, ich verlasse mich auf Sie. Und Sie reden nicht mit ihr darüber. Ich glaube, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen uns zerbrechen würde, wäre sie danach noch verstörter. Sind Sie auch der Meinung? Sie ist ein bisschen eifersüchtig auf Ihren Bruder, das ist normal. Überlassen Sie die Sache mir. Ich bringe das in Ordnung, okay? Möglicherweise ja. Aber ich, ich verstehe nicht. Sie sollten nicht versuchen, alles zu verstehen. Kinder sind manchmal wie Erwachsene. Da gibt es nichts zu verstehen. Wir Menschen sind alle Rätsel füreinander. Oder ist das für Sie eine tröstende Einsicht? Oder eher eine, die Sie nicht so gerne hören? Nein, ich denke, das ist das Schöne an menschlichen Beziehungen und sogar in der Liebe. Zu akzeptieren, dass man nicht alles verstehen kann. Andere zu lieben, bedeutet nicht, sie zu durchleuchten, um zu wissen, was in ihrem Kopf vorgeht. Das deckt sich auch mit meinem politischen Kampf. Ich habe großen Respekt vor Geheimnissen. Es ist ein Grundrecht, Geheimnisse zu haben, nicht alles von sich preiszugeben, nicht immer transparent zu sein. Alle faschistischen Regime fordern die totale Transparenz. Wo warst du und wen hast du getroffen? Das sind Fragen, die Frauen oft gestellt werden. Wo warst du, mit wem warst du zusammen, was hast du gemacht? Woran denkst du? Ich finde es wichtig, sich diesen Fragen zu verweigern, um einen Teil von uns zu bewahren, von dem wir nicht wollen, dass andere ihn verstehen. Ein Plädoyer für das Geheimnis, für das Private auch? Ist das auch eine Gesellschaftskritik, die dahintersteht? Weil Transparenz ist ein Grundwert unserer Zeit. Das ist durchaus ein Wert, der aber manchmal zu weit ausgelegt wird. Es ist wichtig, von unseren Politikerinnen und Politikern eine gewisse Transparenz zu verlangen und darauf zu bestehen, dass ein Staat sein Handeln offenlegen muss. Aber heißt das auch, dass wir unbedingt wissen müssen, mit wem die Leute schlafen, wo sie ausgehen und was sie essen, wissen, wie sie ihre Sexualität leben und was sie gefrühstückt haben? All das interessiert mich nicht. Ich denke, der Trend, sein ganzes Leben auszubreiten, hat uns auf Abwege geführt. Das ist es, was ich an den Social Media nicht mag. An anderen Menschen interessiert mich ihr Geheimnis. Ich möchte nicht wissen, wer wo im Urlaub war oder wer welche Kleider trägt. Aber Sie sagen, selbst in der Liebe interessiert Sie das Geheimnis. Das finde ich interessant, weil es gibt ja dieses romantische Liebesideal, dass man miteinander verschmelzt und so viel Vertrauen hat, dass man sich in- und auswendiger kennt. Aber das ist für Sie eher ein Graus. Das ist kein Ideal. Nein, wirklich nicht. Ich finde die Idee, sich alles zu erzählen, schrecklich. Ganz im Gegenteil. Die großen Lieben sind wahrscheinlich eher stille Lieben, bei denen man sich nicht viel sagen muss. Nicht alles wissen zu wollen, ist ein großes Zeichen von Respekt. Es schafft Vertrauen. Meine Eltern waren uns Kindern gegenüber sehr respektvoll. Nie hätten sie einen Brief geöffnet oder ein Gespräch belauscht oder uns aufgefordert, unsere Geheimnisse zu teilen. Wahre Liebe bedeutet, zu akzeptieren, dass man nicht alles über jemanden weiß. Interessant. Und was sich da verbirgt in dem Anderen ist nicht immer nur Gutes. Das zeigen Ihre Bücher auch. Sie schreiben ja auch die finsteren Seiten, brechen Tabus, die Schattenseiten des Menschen. Und Sie sagen an einer Stelle auch, wir sind alle Monster in uns drin. Das müssen Sie erläutern. In uns allen schlummert ein Teil, der zum Monster werden könnte. Wir alle sind zu schrecklichen, grauenhaften Dingen fähig. Auch wenn man nie zur Tat schreitet, existiert diese Möglichkeit in jedem von uns. Deshalb hasse ich es auch, wenn man über jemanden, der eine tragische oder schreckliche Tat begangen hat, sagt, was für ein Hund, was für ein Schwein. Nein, im Gegenteil, es handelt sich um Menschen. Man muss auch ihnen ins Gesicht sehen und anerkennen, dass sie zu unserer Familie gehören und ein Teil von uns sind. Und dass sich auch in uns ein Monster verbirgt, das jederzeit ausbrechen kann. Diese Einsicht, dass wir alle ein Monster in uns haben, das schlummert und das Böse vielleicht auch eine Folge der Umstände sein kann. Wie verträgt sich das mit der Freiheit? Glauben Sie, auch im Bösen steckt immer dieses Moment der Freiheit? Haben wir letztlich immer die Wahl, das Böse auch zu lassen? Die Frage nach dem Bösen ist für mich eine der grössten Fragen der Literatur. Am besten damit auseinandergesetzt haben sich die russischen Autoren. Sie stellen die moralische Frage, wie das Böse um und in uns bekämpft werden kann in einer gottlosen Welt, in der sich niemand vor einer Form der göttlichen Bestrafung fürchtet, was ja auch auf unsere heutige Welt zutrifft. In der Selbstbeherrschung, im Entscheid, dem Bösen keinen Raum zu geben und nicht zum Monster zu werden, zeigt sich unsere Freiheit. Camus, einer der ganz grossen Autoren der Freiheit, sagt, ein Mensch weiß, innezuhalten. Das ist es, was uns und unsere Freiheit definiert, sich im Griff zu haben. Camus haben Sie erwähnt, Albert Camus, den französischen Existenzialisten. Bei ihm gibt es ja auch die Idee dieses Absurden. Also wenn Gott tot ist, scheint alles erlaubt zu sein. Woher kommen die Werte? Und so dieses Wir Menschen, endliche kleine Wesen auf der Krusti eines kleinen Planeten in einem unendlichen Universum. dieses Absurde, auch dieses Bild, das er hat vom Sisyphos, der den Stein jeden Tag den Berg raufrollt, der rollt wieder runter. Ist das ein Welt- und ein Selbstbild dieses absurden Menschen, das für Sie immer noch stimmt? Ja, natürlich, weil es überall und immer gilt. Ja, wir werden sterben, das Leben hat wirklich keinen Sinn. Was wir tun, ist zweifellos völlig absurd. Aber man muss sich, wie Camus sagt, Sisyphos glücklich vorstellen. All das hindert uns nicht am Glücklichsein und am Staunen. Dem Staunen angesichts der Schönheit und des Reichtums der Gefühle. Meine Lust, mich der Literatur zu widmen, wird dadurch nur noch grösser. Sie ist vielleicht eines der wenigen Dinge, die nicht völlig absurd sind. Woran glauben Sie? Ich glaube an das Gute und auch an das Gute im Menschen. Wir sind zum Guten und zur Empathie fähig. Ich bin mühe, mich daran zu glauben, weil ich sonst sehr hoffnungslos würde. Ich glaube an das Gute. Sie schreiben an einer Stelle auch, alle Ihre Bücher sind eine Kritik an der bourgeoisie, an der bürgerlichen Elite. Das eine Buch ist eine Kritik am Konformismus, das mit der Sexsucht, eine Kritik an der Herablassung des Grossbürgers gegenüber kleineren Leuten, wie der Nanny z.B. Das Buch Sex und Lügen, eine Kritik an der Verlogenheit der Gesellschaft. Sie selbst haben schon angetönt. Sie haben das auch in sich drin, diese bourgeoisie, diese bürgerliche Elite von Ihren Eltern. Ist das auch eine Form der Selbstkritik, immer auch Ihre Bücher? Oder wie sehen Sie das? Ja, es gibt natürlich einen Teil Selbstkritik. Ich versuche beim Schreiben immer auch in den Spiegel zu schauen und mich über mich selbst lustig zu machen und mich und die Menschen um mich herum kritisch zu betrachten. Ich kann diese Kritik üben, denn ich kenne diese Bourgeoisie, weil ich ihr angehöre. Ich beobachte, was um mich herum geschieht und versuche zu erzählen, was ich sehe und höre und was mich manchmal schockiert. Aber ich unterteile nicht in gut und schlecht. Es ist sehr gefährlich, eine soziale Klasse moralisch abzukanzeln. Die Ansicht, alle armen Menschen sind gut und alle reichen Menschen sind schlecht, ist dumm, sinnlos und literarisch wertlos. Ich möchte auch auf diese soziale Klasse einen kritischen, aber trotzdem auch zärtlichen Blick werfen. Ihre Bücher versuchen nachher immer dahin zu gehen, wo es wehtut. Ich habe es schon gesagt, also diese dunklen Seiten, diese Abgründe, diese Tabus versuchen sie zu brechen. Diese radikale Freiheit des Sprechens auch versuchen sie zu verteidigen in der heutigen Zeit. Warum ist Ihnen das so wichtig, die Tabus zu brechen und die dunklen Seiten des Menschen schonungslos offen zu legen? Wenn ich ein Buch beginne, denke ich nicht, also ich breche jetzt ein paar Tabus und decke ein paar dunkle Seiten auf, auch wenn es sich am Ende des Buches so verhält. Ich verfolge kein Ziel. Ich lasse mich beim Schreiben von den Figuren leiten, die mir begegnen und erzähle ihre Geschichte. Ich bin fast wie eine Marionette in deren Händen. Ich habe keine Ahnung, warum ich was schreibe oder warum sich die Themen von einem Buch zum anderen weiterziehen. Ich taste mich beim Schreiben vor und verzichte darauf, meine Arbeit zu analysieren. Das ist ihr Job. Ja, aber da müsste man psychoanalytisch fast schon fragen, warum mir Ihre Figuren so schlimme Dinge tun. Was das über sich aussagt. Genau deshalb suche ich keinen Psychiater auf. Ich will mich nicht analysieren, sondern sogar mir gegenüber ein Geheimnis bleiben. Ich möchte mich nicht durchschauen. Warum nicht? Weil ich Zeit für meine Figuren haben möchte. Wenn ich zu viel über mich nachdenken würde, fehlte mir die Zeit, mir Menschen auszudenken, die es nicht gibt. Aber das Buch jetzt, das neue Riesenprojekt mit der Trilogie über die eigene Vergangenheit, ist natürlich auch eine Selbstbeschäftigung. Ja, natürlich. Ich habe jetzt den zweiten Band beendet und beginne bald mit dem dritten. Wir sind schon leider fast am Ende des Gesprächs. Ich habe viele Fragen gestellt, die mich interessieren, die wahrscheinlich auch das Publikum interessiert. Zum Schluss würde mich interessieren, welche Frage sie derzeit umtreibt, womit sie sich beschäftigen. Was die Frage ist, die Ihnen am meisten im Kopf herumschwirrt derzeit? Im Moment stelle ich mir die Frage, ob ich mich politisch engagieren soll, gewissermassen in die Arena steigen und zu aktuellen Fragen Position beziehen. Mir ist noch unklar, ob man als Schriftstellerin oder Schriftsteller heute eine gewisse Distanz pflegen oder sich einmischen soll. Ich weiß nicht, ob es etwas bringt, politisch aktiv zu werden oder ob es nicht besser ist, einfach nur zu schreiben. Soll ich versuchen, meine Ideen über die Literatur einzubringen oder braucht es mein politisches Engagement als Autorin? Und zu welcher Antwort kommen Sie da? Wohin tendieren Sie? Ich weiss es nicht. Es ist kompliziert. Wenn man sich heute gegen die extreme Rechte oder für Migranten einsetzt, wenden Gegner sehr schnell ein. Sie können leicht reden als privilegierte Wohlstandslinke, die nichts über das Leben weiss. Ich finde es sehr schwierig, darauf zu antworten. Man muss versuchen, die Dinge in ihrer ganzen Komplexität darzustellen. Und vielleicht ist die Literatur dafür am besten geeignet. Ich bin mir nicht sicher, ob man im heutigen öffentlichen Medienumfeld einen komplexen und nuancierten Diskurs führen kann. Glauben Sie also, dass diese komplexe, differenzierte Debatte, dass die derzeit gar nicht möglich ist, auf diversen Gründen, sondern dass man es nur in der Literatur machen kann, wenn ich sie richtig verstehe? Ich fürchte, so ist es. Aber vielleicht stimmt es auch nicht. Es bleibt eine offene Frage für mich. Das ist sehr philosophisch. Am Schluss bleiben die Fragen offen. Vielen herzlichen Dank, Leila Slimani, für dieses wunderschöne Gespräch. Danke. Merci. Ja, danke auch Ihnen fürs Mitdenken. Wenn Sie jetzt Lust haben auf mehr, wir verlosen all diese Bücher hier, allesamt signiert von der Autorin selbst. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an philosophie-at-srf.ch und mit etwas Glück haben Sie schon jetzt Ihr Weihnachtsgeschenk. Nächste Woche geht es hier um das Thema Erben und um die Frage, ob Erben eigentlich gerecht ist oder ob das Geld, das man seinen Kindern hinterlässt, eigentlich uns allen der ganzen Gesellschaft gehören sollte. Barbara Blei spricht mit der Millionenerbin Marlene Engelhorn, mit dem Unternehmer Ernst Wilhelm Händler und dem Philosophen Stefan Kosepatt. Und jetzt gleich folgt das Abstimmungsstudio. Bleiben Sie also dran und einen schönen Sonntag. Und jetzt gleich folgt das Abstimmungsstudio. Vielen Dank.